Ja, komm, komm, ist ja gut. Alles gut. Danke, dass du mir hilfst. Ich habe jemanden auf der Intensivstation, Überfall schwer verletzt. Ich brauche eine zweite Meinung. Könntest du ihn dir bitte mal anschauen? Sange. Ich habe einfach nur verschlafen. Nachmittags um drei, ja? Ja. Anna, dein Großvater wird beerdigt. Hör endlich auf, mich dauernd anzugreifen. Was glaubst du eigentlich, die Christelle? Ich greife dich nicht an. Warum sprichst du nicht mit ihr darüber? Sie muss endlich Verantwortung übernehmen. Papa, das ist Otter. Hallo. Was machst du? Ich mache dies und jenes und alles Mögliche. Bulle! Was machst du da für einen Scheiß? Komm her! Hallo? Papa, komm her und hilf mir! Hier war jemand und überall ist Blut! Komm sofort! Anna! Was ist denn hier los? Anna, mein Scheiß, ist alles in Ordnung? Papa! Wo hat sie das Zeug her, das sie nennt? Sie kommt mit oder die Polizei wird erfahren, dass du Drogen besitzt? Tja, mein Freund, du entscheidest, was du machst. Aber du solltest auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Können wir reden? Okay. Hier, das sind drei Millionen. Drei? Die bekommst du, wenn du dich heute noch von Anna trennst. Ist dein Papa zu Haus? Ja. Leg dich nicht mit mir an. Bring das in Ordnung, Verstand. In Ordnung? Was meinst du? Papa. Ich liebe ihn. Ich bin wahnsinnig verliebt in ihn. Hast du mich nicht verstanden, du Arsch? Und wenn's ihr eigenes Kind wäre? Ich bin wahnsinnig verliebt in ihn. 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 Ich bin wahnsinnig verliebt in ihn.